Direkt hier im Dorf, bei ihrem Kluppi Tuchkult. Der Besten der Zeit, sie gehen der Garten in der Rede. Das ist ein Spazier. Schließe Sie ein Augenblick. Schließe Sie ein Augenblick. Schließe Sie. Verlassen Sie. Schmerzen Sie. Hallo. Ich habe vor ein paar Tagen die Wohnung gegenüber gemietet. Na ja, gemietet ist zu viel gesagt, weißt du? Ja, jedenfalls wollte ich mir gerade Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Hm? Achso. Oh, Ihre Klingel ist ja furchtbar. Die Eier reichen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Jo, gerne.